Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind auf der Bergstrecke, wo Erz und Zoo geholt wird. Also ja, wir wissen alle, wenn schon Kohle. Ne, wir wissen alle, transportiert wird nichts, ist eine Fake-Strecke, aber ich finde die ist relativ cool geworden, hier den Berg rauf. Hier kreuzen sie gerade, LKWs haben wir ja auch noch installiert und jetzt wollen wir gucken, wie wir von hier nach irgendwie da rüber kommen. Also sprich, da in dem Bahnhof da unten. Schauen wir mal, ich würde sagen, wir nehmen uns mal ein Gleis, äh, das ist ein schnelles mit Strom und dann müssen wir hier schon mal rüber kommen, das ist schon mal cool. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen einen grösseren, oh, das geht da nicht, Moment, wir schauen. Sonst müssen wir das mit dem anderen Gleis anders machen. Ja, irgendwas funktioniert nicht. Ist da was im Weg? Das würde gehen, okay, aber das geht nicht. Doch, das geht auch, dann müsste das doch eher hier auch gehen. Ne, da haben wir einen krummen Ding. Moment, ich sehe einen krummen Ding. Moment, äh, wie lang? Ja, weg damit und neu bauen. Schnappen wir hier und dann kommen wir hier nämlich auch rein. So, perfekt. Gut, passt. Und jetzt hier würde ich sagen, dass wir abzweigen. Hier auf eine Brücke rauf. Ich hoffe, das reicht. Vom Platz her, den wir hier haben. Mal gucken. Ja. Ja, Moment. Äh, ne, das ist, das ist keine Brücke. Das ist eine Bahnschranke. Äh. Brückenpfeiler-Kollision. Können wir das nicht irgendwie, wenn wir es ziehen? Ich meine, wir brauchen hier natürlich nicht zwingend eine Brücke. Das Problem ist einfach, ähm, hier fahren unsere Laster. So, es muss nicht unbedingt sein, dass wir die, ach komm, wir lassen es. Warum nicht nochmal einen Bahnübergang machen? Ist doch was Schönes eigentlich. Und wenn sie halt ein bisschen warten müssen, dann ist das so. Jetzt müssen wir den nur noch hier hinkriegen. Das schaffen wir. Schaffen wir es hier auch. Sonst bauen wir die Strasse nochmal neu. Oder wir machen hier halt eine Brücke mit der Strasse. Wobei mir gefällt eigentlich, dass die relativ schön parallel hier lang geht. Ja, jetzt, wie machen wir das am besten? Am schönsten wäre, wenn wir tatsächlich, wenn wir hier rüber kämen. Einfach über die Strasse rüber. Das funktioniert aber nicht, sieht man. Möglich wäre das. Okay, das ist eigentlich auch okay. Lassen wir das mit Brücke und Co. Wir machen das gleich so. Und gucken mal, ob wir das zweite auch rüber kriegen. Jawohl, bestens. Und jetzt wieder in die andere Richtung. Dann haben wir hier halt nochmal einen zusätzlichen Bahnübergang. Das ist schon okay. Das sieht ja eben auch relativ nett aus. Gut, jetzt hier vorne. Könnten wir gleich nochmal rüber, damit sie noch ein bisschen länger hier warten müssen. Das würde ich nicht machen. Ich würde tatsächlich jetzt auf eine Brücke gehen. Dass wir hier vielleicht noch ein bisschen gerade... Dass wir hier auch noch ein bisschen geradeaus können. Statt gleich auf eine Brücke. Wobei... Wobei... Gut, hier können wir eine Kurve machen. Wie wir hier runter kommen, das können wir nachher gucken. Ob wir hier reingehen oder hier, ist eigentlich egal. Es wäre am näherliegendsten oder am nachliegendsten. Vielleicht dann doch hier lang. Wir schauen mal. Wenn wir das mal so machen... Dann sind wir wahrscheinlich schon zu weit. Wenn wir in die Höhe wollen. Dann machen wir es mal so. Und gehen jetzt möglichst weit drauf. Und schauen mal, ob das für eine Brücke reicht. Jawohl. Das reicht. Dann vielleicht doch irgendwie hier hin. Würde halt cool aussehen. Dann macht er da nochmal einen Bahnübergang. Neun! Das wollen wir eben nicht. Sonst haben wir tatsächlich ein bisschen viel. Bahnübergang. Warum möchte er denn hier einen Bahnübergang machen? Da haben wir eine Kollision mit der Strasse. Allen Ernstes. Wenn wir ein bisschen weiter nach hier hinten gehen. Haben wir hier tatsächlich nicht genug Weg? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn wir jetzt einfach mal das Ganze zweiteilig bauen. Dann geht es. Okay, dann macht er hier nichts. Beziehungsweise macht er hier nicht nochmal einen Bahnübergang hin. Dass das mit der Brücke nie geht. Das ist schon schade. Das ist so eine coole Brücke. Aber sie ist halt einfach eben ziemlich anspruchsvoll. Was die Pfeiler angeht. Ich würde mal sagen, wir machen die schnelle Brücke. Mal so. Vielleicht ein bisschen runter. Ja. Ja, geht schon. Das sind ja hohe LKWs. Okay, das geht. Gut, dann machen wir das so. Und jetzt mal gucken, ob wir es einfach mitnehmen können. Und hier hin. Und dann hätten wir eben den Effekt, dass wir da nochmal ohne Brücke auskommen. Das wäre schon ganz angenehm. Jawohl. Das funktioniert. Gut, machen wir. Wir können hier oben ja auch wieder eine Kurve machen. Je nachdem. Das gucken wir dann. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier rüber kommen. Und zwar muss ich gucken. Rüberkämen wir. Bin ich auf der richtigen Seite? Nein, natürlich nicht. Wie eigentlich immer, wenn ich sowas mache. Ja, aber geht hier auch. Gut, kaufen wir gleich. So. Mitnehmen. Und hier rein damit. Dann hätten wir diesen Teil. Da geht es hier also schön über die Züge und über die Strasse, über die LKWs. Wenn wir das jetzt so machen. Vielleicht kriegen wir hier ja doch mal noch. Oh, guck mal einer an. Hier würde es funktionieren, dass wir diese Brücke hätten. Wäre eigentlich nicht unnett. Aber, ja, weiter runter können wir nicht. So wird es in den Tunnel reingehen. Gefällt mir eigentlich fast besser. Wie mit der Kurve. Finde ich relativ cool. So, also. Jetzt mal gucken. Jetzt wird es hier natürlich einen Tunnel geben. Wo kämen wir raus? Äh, nirgends. Beziehungsweise viel zu spät. Wir können hier natürlich in die Höhe. Dann kommen wir da raus. Okay, das wäre dann hier. Ähm, da hätten wir gerne diese Röhre. Oder ne, wir machen wieder was Bergigeres. So, mit ein bisschen Vorbau. Dann wären wir hier oben. Wir kommen jetzt von hier da runter. Das könnte je nachdem tatsächlich ein Problem geben. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück. Ich würde sagen, wir kaufen es mal. Machen das zweite Gleis. Und dann schauen wir, wie wir da wieder runterkommen. Ich weiss es auch noch nicht. Mal gucken. Aha, das klappt bestens. Mal schauen, ob das mit dem Tunnel auch klappt. Oder ob wir da die Seite nochmal wechseln müssen. Nein, geht auch. Perfekt. So, schnapp und zurück. Und dann fehlt hier noch ein Stück. Okay, hätten wir auch jetzt hier runter. Wir können ja mal gucken. Wenn wir es direkt verbinden, das wird nie und nimmer gehen. Zumal, da ist noch ein Gleis im Weg. Wir müssen sowieso zuerst an diesem Gleis vorbei. Und da wir in die Höhe müssen, bringt es da einen Tunnel nicht wirklich. Aber wir kommen hier, weil es aufwärts geht, nicht auf eine Brücke. Das kann ich jetzt schon prophezeien. Ne, das wird kaum reichen. Höchstens. Ja, wir können hier natürlich nochmal abreissen. Da kommen wir jederzeit wieder unten durch. Äh, Moment. So, wir können... Ja, da ist dann blöderweise noch die Autobrücke. Sprich, wir können hier auch nicht einfach planlos in die Höhe. Oh, oh. Ne, das geht nicht. Gut, dann müssen wir es irgendwie mit einer Kurve machen. Hm, aber mit was für einer Kurve? Mit was für einer Kurve denn? Das wird auch nicht funktionieren. Ja, das ist gar nicht ohne. Okay. Was ist am besten? Also hier mal unter der Brücke durch, denke ich, ist mal klar. Dann aber mit dem Gleis. Weil wir gucken müssen, dass wir dort nicht in den Güterbahnhof reinkommen. Im Prinzip müssen wir einen Tunnel machen. Anders wird es nicht gehen. Wenn wir das mal so machen. Mal hier mitnehmen. Ja gut, wir kommen dann da oben nicht rein. Nie und nimmer. Boah, okay. Das ist jetzt aber allerdings happig. Ich würde mal sagen, wir gehen hier raus. Das, was wir wollten. Moment, wieder mit der Höhe. Und jetzt hoffen, dass wir da in eine Kurve reinkommen. Zurück. Das wird wahrscheinlich nicht mal mehr für eine Kurve reichen hier. Oh doch, das reicht. Okay, gut. Das würde funktionieren. Und dann hier irgendwie so in die Höhe. Dass wir hier halt ein bisschen so eine Art Bergstrecke noch machen. Sonst kommen wir hier definitiv nicht runter. Wir könnten es mit einer Weiche lösen. Jetzt ist die Frage, was ist das für eine Strecke hier? Von dem. Fährt der oder hat der ein Problem? Das ist auch immer ein bisschen die Frage. Halt, Bau nicht möglich. Der wartet auf freie Wege. Da müssen wir mal gucken. Da stehen glaube ich wieder Züge. Oh oh. Der steht auch. Der möchte hier lang. Kann er nicht, weil der steht. Weil der steht. Ach, die grüne Neune. Okay, die stehen überall. Warum stehen sie? Hier vorne steht eigentlich keiner. Dafür steht der falsch. Wir drehen den mal. Ne, jetzt steht er falsch. Wir drehen ihn nochmal. Dann wartet er. Okay, der da wartet auch. Immer schwierig zu sehen. Ach, das ist natürlich einspurig hier. Okay. Was macht der hier? Der wartet auch. Der wartet auch. Und der steht hier auf der Weiche. Okay, da haben wir das Problem. Das Signal ist zu weit, zu nah an der Weiche. Gut. Oh Gott, Jan, wie lösen wir das jetzt? Das könnte eher schwierig werden. Kann ich dich nochmal drehen? Okay, dann fährt er. Das ist schon mal gut. Kommt der hier eigentlich raus? Ja, das kommt er. Gut, dann haben wir das Problem schon soweit gelöst. Jetzt müssen wir da das Signal noch ändern. Also abreissen und weiter vorn hin packen. So, Signal. Nehmen wir mal dich. Machen wir dich mal hier hin. Dann müsste es eigentlich vom Platz her reichen. Ach, da ist natürlich wieder ein Fahrzeug im Weg. Hier geht es. Reicht das? Doch, das ist weiter weg. Das müsste eigentlich, müsste sich ausgehen. So, wenn der jetzt hier fährt, dann können die nachher auch wieder fahren. Dann haben wir das zumindest schon mal gelöst. Ähm, die stehen wahrscheinlich doch auch schon länger hier, habe ich das Gefühl. So, hier eine Kurve, haben wir gesagt. Mal gucken, ob wir mit dem Gleis die Kurve auch hinkriegen. Jawohl. Okay, und jetzt hier auf eine Brücke. Also, dass wir hier einen gewissen Weg haben. Dann hier so rüber gehen. Äh. Okay, das scheint mir... Ah, doch, das geht. Okay, dann wären wir da hinten. Äh, vielleicht sogar mit der hier. Ne, natürlich nicht. Dann wären wir hier hinten. So wird es auch noch gehen. Dann könnten wir hier wieder in eine Kurve rein und uns irgendwie da raufschlängeln. Hm. Ja, wenn es funktioniert, dann wird es... Ich würde das so machen. Die Frage ist halt, ob das tatsächlich so funktioniert. Ja, das funktioniert schon mal nicht. Das funktioniert auch nicht. Dann haben wir hier einen kurzen Teil eingleisig. Das werden wir so machen. Das ist kein Drama. Wichtig ist, dass wir jetzt hier irgendwie... ...da rüber kommen. Äh, ja. Das würde von der Ausrichtung her schon passen. Das wird mit einer Brücke da in die Höhe kommen. Mal gucken mal so. Und dann müssen wir nachher dann schauen, wo wir ein zweites Gleis noch hinkriegen. So, hier oben rein. Das geht sogar. Okay. Sehr cool. Alles halt mit Brücke. Ähm, die hier. Ja. Relativ ordentlich. Sieht gar nicht schlecht aus. Wenn man von hier unten guckt. Ähm. Der kann fahren. Da sind wir beruhigt. Ja, das ist halt ordentlich, würde ich sagen. Äh, von der Brücke her. Wir sind auf der rechten Seite. Links wäre das Gleis. Okay. Dann müssen wir hier links raus. Das nehmen wir mal. Ob das jetzt hier mit deinem zweiten Gleis auch geht, werden wir gleich feststellen. Ja, hier geht's. Okay. Weil da ist keine Strasse. Da ist gar nichts. Bestens. Da muss man ein bisschen bremsen. Kein Ding. Und jetzt hier unten müssen wir halt wieder in die Weiche rein. Ich hoffe, das geht von der Krümmung her. Oh, oh. Oh, oh, oh. Das geht nicht. Okay. Kann ich hier nochmal den Teil abreißen? Jawohl. Dass wir vielleicht früher reinkommen. Ja, das geht. Sehr schön. Glück gehabt. Okay. Passt. Ja, haben wir es eigentlich schon. Wobei, ähm, doch, haben wir. Hier unten passt es ja auch. Da sind wir im richtigen Gleis drin. Was wir hier jetzt noch brauchen, das ist eine Weiche. Äh, brauchen wir die wirklich, wenn wir hier eingleisig sind in dem Bereich? Bringt das überhaupt noch was, was wir hier haben? Doch, da brauchen wir erst recht eine Weiche. Nehmen wir die mal. So, mal gucken. Ja, geht recht. Gut. Signal. Nehmen wir mal die. Machen wir dich mal hier hin. Je nachdem müssen wir aber aufpassen, dass das nicht allzu lange Züge sind. Sonst hängen die uns ja natürlich rein. Den Bereich haben wir. Okay, dann gucken wir, was wir an Zügen dann machen. Nichts wirklich allzu langes. Hallo, Signal. Erde an Signal. Möchte nicht. Hier möchte es. Okay. Ist auch gut. Gegensignal. Uh, das müssen wir dann tatsächlich nach der Brücke machen. Das ist dann doch ein relativ weitläufiger Bereich. Naja gut, wenn es nicht anders geht, geht es nicht. Dann gibt es hier je ein Signal. Da das eine lange Brücke ist. Und hier vorne kommen wir raus. Dann gibt es hier gleich nochmal ein Doppelsignal. Hier nach der Brücke. Wie machen wir das am besten? Ja, wenn wir sowieso keine allzu langen Züge machen können, dann können wir hier und auf der Gegenseite ganz vernünftig, wie wir das kennen, eins machen. Zack, zack. Okay, hier vorne haben wir noch einen Bahnübergang. Das würde eigentlich von der Strecke auch noch reichen. Da können wir auch nochmal was machen. Die Frage ist, reicht es dann bis zum Bahnhof? Ja, ja. Das müsste schon. Also, das wäre dann hier. Halt, jetzt habe ich geschluttert. Eines kommt wieder weg. Ihr ahnt vielleicht welches. Nämlich das hier. So, weiter gucken. Und hier vorne. Aha, haben wir dann das hier. Okay. Das ist eigentlich doch, das ist auch ein Bahnhofsgleis. Da haben wir aber überall Züge. Wenn man hier mal guckt. Wie sieht das genau aus? Jawohl. Hier rein wäre nicht so clever. Da Züge hier rein und raus fahren. Also müssen wir hier rein. Das heisst, wir müssen hier noch eine Weiche haben, damit wir rüber kommen. Können wir hier zumachen. Und je nachdem müssen wir es dann eben mit einem Wegpunkt machen, dass wir den Zug lotsen. Ja, das Gleis hier, das kann uns nicht wirklich. Wir müssen in das Gleis. Also, da müssen wir hier rüber. Das geht ja sogar. Okay. Dann machen wir das so. Dann machen wir doch mal die Linie. Und schauen, was das Spiel dazu meint. Wo wir durch sollen. Da haben wir wieder zu. Dann haben wir eine bessere Performance. Also, das wäre von hier. Hier durch den Berg durch. Nach hier hinten. Nach hier unten. Und hier rein. Schwarz. Auch eine sehr schöne Farbe für den Gleis. Ja, aber das passt. Das ist zweigleisig. Und hier vorne. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier für ein Gleis bekommen. Genau das, was wir wollten. Das hier. Perfekt. Okay, dann teilen wir uns hier natürlich das Gleis mit diesen Zügen. Aber irgendwas teilen wir hier sowieso. Weil wir einfach viel Verkehr haben. Das ist das IC-Gleis hier. Das lassen wir mal aussen vor. Gut. Das wäre dann, ja. Jetzt gibt es die Direktverbindung. Nicht F, sondern D-Vidora. Direkt von N-V-Bach. Kürzen wir mal frech. Ab nach Töppen. Na, das ist doch mein Stadtname. Der ist nicht allzu lang und einprägsam. Direkt Niederviehbach-Töppen. Kommen wir hier mit dem Depot da hinten auf unser Gleis. Wahrscheinlich nicht. Vor allem, ja, ne. Hier haben wir so einen Betrieb. Jetzt da nochmal weitere Züge raufsetzen. IC. Weitere Züge raufsetzen. Das möchte ich dann doch nicht. Schön. Hier der IC. Da hinten die Güterzüge. Ja, ja. Das wird schon. Eben. Jetzt haben wir tatsächlich genau den Effekt. Dass eben die Züge hier auch fahren. Weil wir dermassen viele auf der Strecke haben. Das wird jetzt von Mal zu Mal natürlich besser. Da ist immer mehr werden. Hier die LKWs. Auch hier ist Betrieb. Wunderbar. Gut. Eben. Hier. Nö. Geht irgendwie nicht. Müssen wir nochmal ein Depot machen. Wir schauen mal, was wir hier hinten an. An Depos haben. Gar nichts. In dem Sinne. Da könnten wir aber natürlich noch eins hinstellen. Zum Beispiel hier. Dass wir hier so reinkommen. Äh. Mal schauen. Depot. Irgendwie genau das lange zum Beispiel. Ach so. Da müssen wir ja. Ja, ja. Bei Trennfieber muss man erst das Gleis haben. Gevor man das Depot hinstellt. Äh. Ich würde mal sagen. Wenn wir hier irgendwie. Hier nochmal um die Kurve. Das. Ja, so. Ja, das wird schwierig. Okay. Wenn wir von hier vorne kommen. Müssen wir hier. Das ist sowieso eingleisig. Da können wir nichts mehr machen. Aber vielleicht hier runter. Nee, da haben wir eine Weiche. Hier komme ich nicht raus. Das ist zu kurz. Ja. Geht auch nicht. Okay. Ein riesen Manöver würde ich auch nicht machen. Deswegen. Wenn wir. Das Depot hier hinstellen. Oder hier hätte es natürlich auch nochmal schön Platz. Vielleicht nicht so ein langes. Sondern so eins. Irgendwie hier hin. Wir machen hier mal ein Gleis raus. So. Einfach so. Oder wisst ihr was? Hier dazwischen passt eigentlich das Häuschen fast am besten. Nämlich das hier. Genau. So. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen Betrieb. Ah. Jetzt fliegt es hier wieder ein bisschen. Das kann ich glaube ich wieder nicht mehr erhöhen. Das haben wir alles schon mal getestet. Ah doch. Es geht. Okay. Zumindest ein bisschen. Je nachdem wo man klickt. Funktioniert es. Und sonst funktioniert es leider nicht. Aber wir haben ja sonst auch noch ein paar Bäume und Büsche. Setzen wir doch die mal. Büsche. So. Hier nochmal Büsche. Hier nochmal ein paar Büsche. Überall Büsche. So. Die haben halt keinen Schnee drauf. Weil das sind hier ganz zuverlässige Leute bei der Bahn. Die gucken. Dass ja auch die Pflanzen vom Schnee befreit sind. Haben wir sonst noch was. Hier kommen die Bäume. Ja. Ist eigentlich auch relativ schön. So. Da geht. Es geht ja nur darum. Dass man hier nicht sieht. Dass das ein bisschen fliegt. Das heisst hier können wir es lassen. Hier vielleicht noch ein, zwei Bäume. Und. Ne. Da lassen wir es. Hier kommen ja eigentlich noch Schienen hin. Kommen wir hier noch raus. Das dürfte eher schwierig werden. Ne. Das kann ich mir schenken. Aber auf der Seite kommen wir natürlich raus. Und können dann hier nochmal mit einer Weiche raus. Oder auch nicht. Haben wir da schon eine Weiche? Da haben wir schon eine Weiche. Das geht also nicht. Aber hier haben wir noch einen Bereich. Und dann haben wir da vorne gleich die nächste Weiche. Das geht nicht. Schade. Kommen wir hier noch raus? Nö. Äh. Wie machen wir das denn? Wir können ja mit dem Gleis natürlich auch ins andere rein. Und das hier. Das ist ja eigentlich egal. Ist ja nur ein Weichengleis. Wenn man so will. Und jetzt ist die Brücke im Weg. Das würde gehen. Wisst ihr was? Wir machen so. Wir kommen da zwar nicht in das Gleis rein. Das ist aber egal. Wir. Stellen das mal hier hin. Und jetzt ist halt das Problem. Ähm. Ich würde gerne. Eigentlich jetzt hier noch diesen Prellbock. Hin machen. Jetzt ist nur erstens. Ich weiss nicht mehr wo der war. Also nicht das Depot. Weil das hat keinen Platz. Das geht nicht. Das war glaube ich bei Gleisen. Hier war doch das. Aber das ist dann wieder so weit unten. Ähm. Soll ich mir das jetzt antun? Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Ich weiss, dass das praktisch zu unterst ist. Aber dann hätten wir hier noch einen Prellbock. Dann würde das noch ein bisschen mehr Sinn machen. Wie wenn das Gleis da einfach so hängt. Oder wir machen hier so eine Art totes Gleis. Das können wir natürlich auch. Statt dem Depot. Dann kommt das hier hin. Mit der Tafel. So. Das ist ein altes Gleis von früher. Ganz klar. Viel mehr müssen wir gar nicht machen. Das ist ja zu erkennen. Dass hier kein Zug mehr fahren soll. Aber dann haben wir noch mal ein weiteres Gleis. Gut. Was jetzt fehlt. Das sind natürlich die Züge. Da machen wir mal. Ja. Ist halt auch eine lange Strecke. Da machen wir auch ordentlich was. Jetzt würde ich mal gerne bei den Triebwagen gucken. Und. Moment. Da wird zuerst gespeichert. Wenn wir hier wieder Züge kaufen. Sicher ist sicher. Mal schauen was wir hier über den Berg zwingen. Wir haben gesagt. Nicht allzu lang. Wir haben sonst da definitiv ein Problem. So. Die ganzen Stadler. Die haben wir eigentlich. Was haben wir hier noch. Schönes. Hm. SNFC. Klasse. 160. Die haben wir glaube ich auch noch nicht. Diesel Multiplion. Hm. Hm. Oder haben wir die schon? Ach. Ich weiss es nicht. Ich habe mir tatsächlich einen Zettel machen sollen. Ähm. Mit den ganzen Zügen. Die wir schon haben. Also ÖBB haben wir. Railjet haben wir. Bin ich mir fast sicher. Was haben wir hier sonst noch Schönes? Die Kis haben wir auch. Taschenwagen. Die Güter transportieren. Hm. Hier diese ganzen Züge noch. Talent. Gedreht. Haben wir glaube ich auch schon. Eigentlich ist es ja auch egal. Ob wir sie schon haben. Den Flirt. Im. Im. Haben wir auch noch nicht. Das würde mich wundern. Wisst du was? Wir nehmen den mal. So. Wie lang ist der? Ja. Der geht definitiv gleich mal in Dreifach Traktion. Der sollte nicht zu lang sein. Hoffe ich mal. Sonst müssen wir ihn wieder kürzen. Wir werden ziehen. Und dann haben wir hier noch die Nordbahn. Die hatten wir schon. Rail Adventure haben wir glaube ich auch noch nicht. Intercity. 200 Passagiere. Panoramawagen. Nehmen wir mal. Wahrscheinlich Ellen Lang. Ellen Lang. Werden wir auch gucken müssen. Aber zu lang ist. Wir haben ja eigentlich nur die Signale. So gesetzt. Dass es ein Problem geben kann. Hier kommen die ganzen schnellen. Der Ciruno. Die haben wir nochmal. Ein Flirt. Sonst sehen wir doch den Flirt. Machen den auch noch in Dreifach Traktion. Einmal. Zweimal. Dreimal. So dann haben wir drei Züge. Das ist eigentlich zu wenig. Wenn man es genau nimmt. Wisst ihr was? Wir machen das so. Klonen. 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 So dann haben wir die doppelte Anzahl. Sehr schön. Ähm. Nein. Nicht nochmal was kaufen. Sondern jetzt hätten wir euch gerne auf der Strecke. Direkt Niederfiebach töppen. Aha. Der Weg kann nicht gefunden werden. Haben wir keinen Strom? Oder haben wir... Was haben wir denn nicht? Doch Strom haben wir. Ist eigentlich auch das richtige Gleis. Nochmal die Linie aufrufen. Äh. Zack. Zumachen. Das müsste doch gehen, dass der Zug hier rauskommt und hier auf dieses Gleis geht. Und dann hier rüber. So wie er soll. Moment. Da stand eigentlich nichts von wegen elektrisch. Aber wir gucken doch mal noch. Aha. Okay. Alles klar. Elektrisch. Machen wir hier gleich auch mal noch elektrisch. Gucken noch beim Rest der Strecke. Ob noch irgendwas unelektrisch ist. Hier rüber vielleicht den Bahnhof drehen. Nein. Da ist alles elektrisch. Okay. Daran kann es also nicht liegen, wenn sie nicht rauskommen. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Mal schauen, was sie dazu meinen. Zack. Linie zuweisen. Direkt Niederfiebach töppen. Aha. Ja. Da stand aber nicht, dass es am elektrischen liegt. Aber das ist eigentlich auch egal. Wir haben es ja trotzdem rausgefunden. So. Pui. Der ist aber ordentlich schnell. Hat weg. Der ist ja extrem schnell. Also vom Anzug her. Heiliges bisschen. So. In den Bahnhof reinpassen Wirtor. Das ist ein langer Bahnhof. Das sieht man. Schöner Zug. Den haben wir glaube ich noch nicht. Also da würde ich mich glaube ich daran erinnern. Aber das ist ja wirklich eine kleine Rakete. Heiliges bisschen. Sollen wir hier noch ein Signal hinstellen? Ne. Das bringt nichts. Das ist zu kurz. Das lassen wir. Jetzt mitfahren werden wir auch. Ganz klar. Da nehmen wir aber einfach, würde ich sagen, den letzten Zug. Beziehungsweise den dritten, der rausfährt. Wir haben ja 3 mal 2. Guck mal, wie schnell der ist. Heieiei. Cooler Zug gefällt mir extrem gut. Da macht sich der also als erster mal auf die Piste. Und mal gucken, ob wir dem stehend begegnen, weil irgendwo ein Signal zu ein A ist. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Und die Lösung hier mit der Brücke und da rauf, die finde ich gar nicht so schlecht. Ich meine, anders wäre es gar nicht gegangen. Wir können nicht hier direkt da rauf. Keine Chance vom Höhenunterschied her. Rail Adventure. Hatten wir auch schon, zumindest in Staffel 1 und 2. Ob wir in der dritten jetzt hier, in dieser, auch schon einen Rail Adventure Zug haben, könnte ich jetzt so ehrlich gesagt nicht mal sagen. Ist aber ein sehr schöner Zug. Den kann man sonst auch zweimal haben. So, und die fahren auch wieder. Bestens. Cool. Hier haben wir die Busse. Passt. Hier auf die Strecke könnte man aber, glaube ich, auch nochmal den einen oder anderen Zug setzen. Da sehe ich jetzt gerade keinen. Höchstens, dass die jetzt irgendwo anders stehen. Ne, die sind alle weg. Da fährt einer. Wir können ja mal schnell schauen. Moment, ich möchte aber nicht die Züge verpassen, die aus dem Depot kommen. Aber ich möchte trotzdem schnell gucken. Ne, falsch. Völlig falsch. Ich brauche, was brauche ich denn, die Linie? Noch sichtbar. Das ist diese gelbe. Hinter Regio. Okay, Einzug. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Oh, sechs. Okay, ne, da fahren aber tatsächlich einige. Fahren die auch? Aha. Doch, doch, die fahren schon. Das sieht man ja. Der wartet auf freie Wege. Und der fährt. Ihm kommt eine Dampflokke entgegen. Dann müsste das eigentlich schon passen. Sonst müssen wir nachher nochmal schnell gucken. Und dann kommt als letzter der hier. Das heisst, hier steigen wir schnell ein. Depot wieder wegnehmen. Äh, Depot. Das hat. Wieder wegnehmen. So. Auch sehr schön. Cool. So. Und eben. Bei dem steigen wir ein. Denn jetzt kommen hier natürlich die gleichen Züge nochmal. Die wir, äh, bereits auf der Strecke hatten. Finde ich eigentlich eh schön, dass wir das so gemacht haben. Denn so werden sie ein bisschen verteilt. Sonst hätten wir zweimal hintereinander den gleichen Zug. Das wollen wir ja dann doch nicht. So. Der muss warten, weil wir hier kein Signal haben. Aber da macht sich der schon auf. Den lassen wir mal schnell vorbeifahren. Und dann steigen wir natürlich ein. Auch ein sehr schöner Zug. Definitiv. Und auch eher lang. Eben. Müssen wir gucken wegen den Signalen. So. Also der passt definitiv auch gut in den Lütticher Bahnhof rein. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Aha. Wir müssen warten. Ja. Weil die Brücke halt so lang ist. Aber so verteilen sich die Züge auch. Das passt. Definitiv. Der muss auch warten. Worauf? Auf diese Big Boy. Genau. Okay. Dann kann er nachher fahren. Hoffe ich. Oder in welche Richtung möchtest du? Nicht, dass jetzt hier der Nächste steht. Hm. He. Der steht. Der steht und guckt. He. Wir gehen nachher nochmal schnell gucken, ob der immer noch steht. Und guckt. Jetzt möchte ich zuerst mal hier in Ruhe mit diesem schönen Zug mitfahren. So. Da unten steht er. Ist halt schon auch einfach eine coole Brücke. Eben. Es ist immer ein bisschen schade, dass die wegen den vielen Pfeilern dermassen anfällig ist dafür. Oh. Guck mal da unten der Kollege. Das heisst. Äh. Das ist im Prinzip so 3, 2, 1, 1, 2, 3 von der Reihenfolge her. Ähm. Jetzt geht es sozusagen rückwärts. Deswegen sind die hier gleich. So. Cool. Ähm. Tunnel. Wie lang? Ja. Ein paar Meter. Dann geht es hinten eh schön hier auf die Brücke rauf dann. Ich gehe nochmal schnell gucken. Steht der noch? Äh. Wo war das denn gleich nochmal? Hier unten. Ja. Der steht noch. Hat der irgendwie eine Macke? Ne. Jetzt fährt er. Okay. Dann haben wir da kein Problem. Sondern viel Verkehr. Das ist was wir wollten. Das passt. Kommst du schon daher? Ich höre dich. Hier schaltet es gerade schön um. Sehr nett. Aha. Gut getimed. Cooler Zug. Also. Nochmal einsteigen. Und in Richtung. Uh. Und in Richtung Lütticher Bahnhof. Boah. Das war mal Sound. Sehr sehr nett. Wie der vorbeigezischt ist. Aber wir zischen gerade gar nicht. Wahrscheinlich ist da vorne ein bisschen Stau. Ja. Da sehe ich den Rail Adventure. Den Schluss des Zuges. Der muss warten. Warum muss der warten? Wir gehen mal gucken. Hier wartet auch einer. Ne. Der fährt gerade los. Hier haben wir doch eigentlich. Ähm. Genug. Platz. Moment. Was machst du? Du belädst noch. Beziehungsweise würdest beladen. Ne. Die beladen wahrscheinlich tatsächlich. Die Strecke müsste eigentlich funktionieren. Und der wartet halt da. Ja. Weil sonst steht er hier auf der Strasse. Und überall. Das ist schon gar nicht doof gemacht eigentlich. Mit den Signalen. Oder ist das sogar ein Zug? Ja. Das ist ein Zug von der Linie. Die in die andere Richtung fährt. Ellenlange Regiolinie. Okay. Genau. Ach. Mit der teilen wir uns jetzt hier das Gleis. Alles klar. Da könnte man schon hier vorne ein Signal hinsetzen. Aber dann hängen wir hier mit dem Zug halt da überall über die Strasse rüber. Das möchte ich eigentlich nicht. Dann. Der kann auch hier warten. Wo er wartet. Ist egal. Warten muss er ja trotzdem. Aber wenn der hier hinten weg ist. Dann sollte der dann doch langsam fahren dürfen. Ist er weg? Ne. Da sind immer noch Wagen. Ja eben. Der ist ja nicht umsonst. Das ist nicht umsonst einer von der Ellenlangen Linie. Jetzt ist er weg. Gut. Das heisst. Jawohl. Jetzt setzt sich der Real Adventure in Bewegung. Kann hier rüber. Blockiert wunderbar unsere LKW Linie. Und das heisst hier hinten sollte man auch wieder in Gang kommen. Schön vor der Brücke. Am warten. Jawohl. Jetzt haben wir hier grün. Bestens. Gut. Den Rest der Strecke. Den würde ich sagen. Ja. Den schenken wir uns mal. Wir kennen die Strecke. Dann das gleiche wieder mit den Güterzügen. Zwar schön wenn er in den Bahnhof Lüttich reinfährt. Aber das müssen wir jetzt nicht zweimal haben. Ich würde eher sagen wir sagen Tschüss. Und gucken dafür hier nochmal ganz kurz. Sobald das Spiel wieder läuft. Mit den vielen Güterzügen. Und den vielen Eisenbahnen. Das sieht doch relativ nett aus. Gut liebe Freunde. Danke fürs Zusehen. Jo. Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Dann gibt es weitere Züge. Und weitere. Ja. Tollkühne Bauereien. Sozusagen. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.